um so meine lieben Kinder hier draußen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play, ihr seht, wir spielen Siren Head ähm ich hatte zuerst die die Android-Vision heruntergeladen gehabt, aber die war so voller Werbung da war nicht möglich, dass du die ähm dass du das spielst anständig, ohne dass du immer permanent bei jedem Klick Werbung ankam ähm, nun, da hab ich das hier drauf und das sieht irgendwie merkwürdig aus ich bin mal gespannt, was es sein wird, ich hoffe, dass es genau so, wie ich mir das vorstelle weil das sieht irgendwie nicht so gruselig aus, Siren Head ist momentan irgendwie so ein Hype ne, ich hab mich auch gefragt, was ist denn das und so ist das Siren Head 8 Bit oder was? oder Minecraft Siren Head? was ist das? okay, interessant bitte nicht das ist nicht euer Ernst wie mach ich die Lampe an und aus? okay was ist denn das hier? das soll wohl Blut darstellen? hey, ich muss nochmal gucken, ob es da wirklich ein anderes gibt aber es gibt wahrscheinlich tausende Spiele von Siren Head ähm ich hab gedacht, was ist denn das Siren Head? sagt mir so gar nichts ähm soll wohl wirklich ne Legende gewesen sein, das sie wohl wirklich gab in Amerika oder was? aber da gibt's ja alles aber konnte ich mir beim besten wirklich vorstellen ähm es ist eigentlich so ein Slenderman Ding aber ich hab jetzt hier ausgerechnet das ist ein 8 Bit Ding oder gezockt irgendwie keine Ahnung, was das wohl ist das kann echt nur witzig werden ich mein, das was ich zuerst hatte, sieht das auch ziemlich cooler aus, ne? was wollen wir hier machen? was soll ich hier tun? kann ich hier irgendwas bewerkstelligen? hier gibt es, ähm das sieht Minecraft aus, Alter Minecraft 8 Bit Siren Head cool was? ach, das sind meine Fußtapsi-Geräusche kann ich irgendwie springen oder so? ich mein, das ist ja komplett realistisch so sieht ein Wald bei mir zu um die Ecke auch aus total eingemauert hab ich hier irgendwelche Funktionen? ne, die hab ich nicht right mouse okay run, shift move via ISD ja okay move, was? I have to get back to the truck now okay bist du drauf? mama nein, du siehst mich nicht oh isst mich nicht nein, isst mich nicht die sind natürlich schon ein bisschen witzig gemacht, boah was? was ist das denn hier eigentlich? okay dem wollen wir nicht hier sprechen Siren Head ist nicht besonders schnell, ne? wir haben's geschafft oh nein warum? wieso hat er uns gekriegt? sind wir jetzt tot? okay neuer move ich glaub, ich hätt mich mal mehr umsehen müssen oder so, ne? aber das ist alles naja ich mein, guckt euch das einfach nur an, ne? aber auch sowas muss mal gezeigt werden, ne? komm oh, er ist jetzt schon da? ne das war eben gerade auch so die Vögel gehen und so ein Rucksack jetzt ein Backpack oh, warte mal ich kann das nicht so schnell lesen maybe it's belong to missing head we'll leave him okay wer hat ihn bloß zurückgelassen? das ist hier die Frage das wird immer dunkler und immer dunkler das wird wahrscheinlich looks like there was a struggle hatten wir noch was anderes gefunden hier gehabt? irgendwas? gut, ich hätte mich in der ersten Move wahrscheinlich besser Mostrain Scratch Marks okay und da noch mehr als hätten wir vorher schon mal irgendwelche gesehen nein, ich glaube nicht aber wir hätten es denn besser machen können hopp wir springen können wir ja so gar nicht, ne? okay und ich denke mal das soll einfach nur so Fetzen irgendwas Blut sein oder so ein Scheiß, ne? da oben was ist das? ich nehme mal einen anderen Teddy okay hallo weiß er, dass ich hier an ihnen vorbeilauf? nö alles klar ja Kilometer weit entfernt so weit ist es so schnell kann Siren Head nicht laufen es ist langweilig, ne? das ist schade, ne? oder albern würde ich mal ehrlich sagen ja, albern ja, ich weiß gar nicht wann war das Spiel wann kam das Spiel wie raus und ich glaube aber diesmal sollen wir es doch geschafft haben, oder? alles abgecheckt was wir abchecken können und so ne? oh, offensichtlich haben wir es nicht geschafft man hat einen Schein gehört ich glaube, hat uns gegessen man hört das ja schon an dauernd rauschen und knallt ne? ich glaube, irgendwas ist passiert aber ich glaube, wir sind einfach nur verschwunden so, meine Kinderchen das war's für heute ich glaube, ich versuche mal eine andere Version davon runterzuhauen das war die alberne Version die 8-Bit-alberne Minecraft-Vision oder was weiß ich was ähm, ja bis zum nächsten Mal und ciao, Freunde und